Nein, nein, ich habe jetzt hier ein Tool. Ich bin meine Wacktippe. Weißt du, was man da machen kann? Da kann man schön erstmal sauber machen. Ich kann die Bankzellen aufmachen. Und ist das schön? Nein. Und das kann man jetzt an deine Örschin. Das war mit Sosa. Und jetzt das machen. Genau, da wo die Tau steht. Ich bin echt schuldig. Ich bin echt schuldig. Nein, ich mache es. Du kannst es definitiv an meinen Kopf. Sie haben schon noch in die Knie da, ne? Du guck mal, ich zeige dir das. Du, ich mal jetzt ein bisschen Farbe drauf. Gibst ihn mit deiner Hand. Und dann mache ich einfach nur so einen kleinen Punkt an dein Ohr, okay? Damit ich mal deiner Tante zeigen kann, wo das Vorlauf hinkommt. Okay? Ein ganz, ganz kleines bisschen. Aber nur ganz wenig. Jetzt würde ich dich zwingen. Bist du so ein Tapper und schaffst du das? Ja? Okay. Der zeigt die Pofferzahl an dem Kopf, das ist so schlimm. Der ist doch wohl. Ja, ich brauch die. Ah, das ist die Pofferzahl. Wie hier bei Google. Kickt nach. Die ist so geil. Ich kann auch gucken. Sehr gut. Hast du? Die ist so geil. Ja. Wer hat deine Zangebohren? Ich kann es gar nicht hingetan. Das war ja auch nur einfach. Ich hab das gar nicht gehört. Was? Ich hab das gar nicht gemerkt. Es war ja auch nur ein Punkt, mein Schatz. Es war ja auch nur ein Punkt. Du hast ja noch keine Ohrringe. Es war nur ein kleiner Punkt. So, guckst du mir mal auf die Nase? Was willst du sagen? 10 years last death. Was willst du sagen? Die male ich noch mal ein, Leute. Auch damit bin ich noch nicht ganz zufrieden. E-Mail. Klebe eine. Ist egal. Entweder ihr oder Telefone meiern. Kannst du mal schnell über die Hohen gucken? Schau mich mal an. 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 If you didn't Dann kann man dich kneifen. Das ist nur ganz kurz. Willst du Ohrringe haben oder nicht? Was meinst du, wie die in der Kita alle stauen? Und was meinst du, wie stolz deine Mama auf dich ist? Dann kannst du das morgen in der Kita zeigen. Und danach gibt es als Überraschung, wie versprochen, einen Überraschung. Vielleicht auch zwei. Jedes Ohr noch eins. Ist das in dir? Weißt du was, mein Schatz? Die ganze Zeit willst du die schon haben. Ja, du bist tapfer. Warum kennen sie mich? Das sind meine Kinder. Ja, okay. Das war nur ein Spaß. Aber ich mache ja gerne mit Kindern. Guck mal zu Gigi. Du musst zu Gigi gucken, sonst kann sie das nicht machen. Du wolltest doch Ohrringe, oder? Guck mal zu mir. Guck mal was wir machen mit mir. Wenn du mich nicht anders kann ich dir in die Ohrringe. Guck mal in die Kamera. Und jetzt sind die Ohrringe auf und dann musst du das bezahlen. Guck mal in die Kamera. Ich habe hier... Guck mal. 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 Guck mal.